Lass uns jagen Nachts? Haben wir schon nachts mal gehabt? Wir haben ja jetzt nicht so oft gefallen. Wir haben jetzt überhaupt nicht so oft gefallen. Na let's go! Ich würde zu gern dran lecken. Alles klar! Nice! Alter, da haben wir wohl gar keinen Strom mehr hier. Also, wie die sich auflädt. Wow! Kannst du mich nicht so fällig mitnehmen, oder? Kammerjäger, ich warte da vorne auf dich. Wenn ich mich schon als Held versuche, sollte ich auch die richtige Ausdrucksweise verwenden. Stimmt's? Jetzt geht's ab! Ja! 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 Es war ja jetzt sehr beeindruckungsvoll! Also, die Stimme hat's voll drauf! Ja! 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 Die größten Mitglieder der Climps Readers, Willkommen! richtig meiergang mal wieder brav 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 also es klappt ja schon mal gut hier und rüber mit uns okay das ist sogar noch eine kleine abgefahrene version was wir schon letztens gehabt haben was denn wo ich da schon gesagt habe vom vom designer von diesen muster her schau du schon nicht schlecht dass man die ist die g schau zu kai aber ja zwar ich bin heute nicht so ein fan von so einem gesichtsmuster dies dass jenes das muss ich ganz offen und ehrlich gestehen davon aber es kann also allein schon dass wir hier das ist auch auf deiner seite kammerjäger zeigen wir diesen fanatikern die macht der kreis kreis noch nicht nur schaden super die 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 ich glaube wir sollten definitiv eine andere waffe also ein anderes Fahrzeug nehmen uhr explodiert ich dazu kämpfe wir kommen ja nicht mehr voran oder komm 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 passt einmal so dann machen wir den da kommen fertig ideal und links sind wir dann ja da haben wir noch genug da haben wir eh genug Gegner da haben wir eh genug Gegner komm schon mein kleiner was macht denn der alter? ich mochte nur den größten oder was? ich mochte nur den größten oder was? haben wir da oben vielleicht einen Moment wo ich mir da vielleicht in mein eigenes Fahrzeug holen kann? na klar nix naja da haben wir halt verschießen ja ah ich habe eh akkorten fix ich muss akkorten haben wie groß ist denn die? ja ja ich glaube ich nicht immer so übel wenn ich vielleicht mal ganz kurz noch zurücklaufe und vielleicht muss sogar noch ein anderes Fahrzeug nehmen wär sogar gescheiter wär gescheiter definitiv obwohl so weit ist der Sticker jetzt auch nicht aber es ist so viele Gegner die was jetzt dann noch kommen werden ist definitiv gescheiter wenn wir ein Fahrzeug nehmen und wir haben da wieder was wichtiges kommt das ist auch gut immerhin da haben wir gleich wieder ein Sticker voraus können wir gleich für das Gämpel verwenden na wir haben ja doch wir haben ja doch vier, fünfhundert da reingeballert und nichts ist gegangen ich habe wieder zwei Fahrzeuge 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 wieso werde ich da nicht immer angegriffen was der Mond ist das genug Feuer für dich Ava wir schaffen das immer weiter Kammerjäger mach dein Ding du beschissener Kapitän des Chaos oder so Kapitän des Chaos so bin ich auch noch nie genannt worden oder interessant ey racht schon wieder nice bitte bleib nicht stehen bitte bleib nicht stehen bitte nice aaaaah da wir wieder Boden gehen das ist gut immerhin mehr als genug so tak ey nicht Rolle machen nicht Rolle machen die unbesiegbar fast alter bald so muss das sein ja genau so da ich würde mal sagen jetzt sollten wir mal definitiv tauschen so jetzt ist es mal soweit definitiv was haben wir da für ein schönes Design da das nehmen wir Formen war eigentlich nicht ganz ok war schon fahrzeug das ist aber schick aber es muss sein hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh ja fix na let's go fahrzeug fahren fahrzeug fahren let's go gott sei dank hat das mal leicher na jetzt haben wir definitiv gewappnet jetzt haben wir gewappnet weil er in der Mitte die Klinik das ist ein Kratzer für das Fahrzeug der Karte und kann man den Lack zerkratzen bei einer Post-App-Külpse wo der Lack geht ich bin ein bisschen, ich muss das jetzt wieder checken bei der Post-App-Külpse ich habe nie solche Macht gesehen nein es ist einfach na 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 man kann das nicht das Post-App-Külpse weil sie sind definitiv in manchen Bereichen sehr weit vorne das ist zum Beispiel die zweite Welt gehackt schon gewisse hui die hat schon gewisse Stadt gehabt eine ordentliche hui, ich darf das aktivieren die Pizza mal wieder hui, 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 hui let's go hi Leute hoi, hui, 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 hui... Alter, nicht das, der dann explodiert oder irgendwas, weil, zu Überanstrengung, weil, ich glaube, die wird nicht umsonst gesagt, dein Erster Bruder, jetzt muss du das und zeig, was du für eine Macht hast, so irgendwie so in der Richtung, was du sie nennst. Ich glaube, das hat sich ja auch so ein gern hintergedanken, warum gerade er das macht und nichts sieht. Oh, ne, oh, ne, jetzt muss es droht, da bist du, was mein Lieblings, ey, wenn ich da in Deko bin, dann passt doch nicht am Arsch, gell. Aber, das ist trotzdem irgendwie so geil, obwohl ich so wenig Schaden mache. Perfekt, so, wieder verstecken, wieder nach vorne, wieder verstecken, wieder nach vorne. Manchmal, manchmal hat's da wie sowas mit der Genauigkeit, definitiv, das muss ich schon sagen. Hin und wieder, ja, schon, schon, der Moment, der Moment, und dann trifft er sich komplett jetzt wieder in die Waffe. Aber am Anfang urschwammig, so für den Anfangsschuss und dann wieder urgenau. 34, ladies and gentlemen. 35, ladies and gentlemen. Oh, oh, der Großer. Den da, den da auch noch mehr machen, den da, zusätzlich. Weil der springt dann eh wieder rüber. Ja, egal, wurscht. Oh, der Bitsch. Oh, der nächste Große. Na, schau, na, schau, na, schau. Ach, das war ein Bärchen. Ich bin, du weißt, das ist doch jetzt unendlich schweiblich ausgeschaut. Wie sind denn das Bärchen daherkommen, wie lieb. Oh, das ist süß. Und Ruhe. So, machen wir mal so einen Kreis. Machen wir einmal da, einmal da, einmal da. Und dann schauen wir dann einfach da mitbringen und dann auch noch. Ja, einfach mitgenommen. Ah, einfach mitgenommen. Wegen unseren Upgrade. Vielleicht gibt es ja dann noch irgendwas Speziers. Oh, Geschichterstunde, nice. Oh, sieh nur, die Beiträge zu Troyes, gelobet sei, die Gottkönigin Gedichtwettbewerb sind da. Mal schauen. Ah, das hier ist von einem jungen Psycho namens Gutschrod. Rosen sind rot, doch die auf Pandora sind tot. Tyreen, das Kammermädchen, welch Wonne. Sie ist meine aufgehende Sonne. Oh, das ist süß. Aber er hat meinen Titel nicht richtig auf die Kette gekriegt. Opfert ihn. Er ist erst sieben Gottkönigin und er hat ein lahmes Bein. Oh, äh, äh, ich wusste nicht. Dann kann man ihn leichter fangen, oder? Was für eine Schlampe. Bist du deppert. Ah, dies, dies Ohr, dies Ohr. Ja, die würde sowieso ihren auch ihren Bruder verkaufen, also der ist wurscht. Aha, Money is am Start. Oh, da kommt gleich wieder was zusammen. Bistet, warte, hui. So viel? Nee, denkst du mir grad, weil wir können nicht so viel haben. Wo ist denn wieder verkaufen? Aha, ich bin ja aber gespannt. Vielleicht wieder dieses, ja, vielleicht wieder das Geheime. Kann das vielleicht wieder möglich sein? Aha. Einmal, zweimal. Ah, ein Schalker. Ein neues Schiff und es ist alles gepackt. Das war's da, Leute. Leder und ich suchen nach dem Planeten. Nikrotafelio, der Heimat der Elidialer. Ihr könnt mich suchen wenn ihr wollt, aber seid vorsichtig. Wenn man in die Vorstoffe von Giganten treht, dann wird man oft in gigantischer Scheiße. Kai von Leon meldet sich ab. Hey, Leder, hast du mein Schinken gesehen? Das war's? Okay, ja, aber immerhin 1, 2 und 3. Ist das unter uns? Das ist über uns, gell? Ja, das ist über uns. Ach, komm, die meisten sind mir nur Blödsinn aus. Ja, pass mal so. Ah, da haben wir auch noch was. Perfekt. Wieso, oder nicht? Wir haben mich wieder alles gebrochen. Oh, das kann ich ganz gut gebrochen. Perfekt. So, aber jetzt haben wir sie eine. Oh, hi. Oh, wie lieb. Der hat's in einem Regeln können. Tanz, mein Junge, Tanz. Wieder Money. Wieder Money. Ah, ja, voll. Upgrade. Im Endeffekt. Ja. Was haben wir so großartiges nehmen? Wir haben eh, ja, nehmen wir sie. Das, ah, das unterste haben wir eh auch schon. Also, das vorletzte haben wir eh. Passt. Da haben wir auch schon fertig. Was haben wir da? Verwinder der Teilen. Gesundheitsregeneration. Das war's. 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 nach ist jetzt wird es wieder interessant ich glaube die waffe kann nicht stoppen allein schon verschießt auf den gegner drauf und dieses teil wird einfach ganz selten war das ist ganz schwer warm ganz selten war mir selber gesagt aber es wird schwer warm schau 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 so geil die waffe saugeil braucht vielleicht ein bissel bis dann wieder abkühlt aber da hast du wenigstens wieder den gegnern bis sich das ist das gute daran es flogen aber dann scheiße waren es flogen ey die schießen wir lieber dir mal es sind aber nur weniger Leute jetzt bin ich wirklich wieder der einzige ich glaube ich bin eh jetzt schon der einzige ah nein nein noch ach komm komm woher wenn bin ich der gegner wenn dann bin ich und so schau was nein noch nicht er hat noch überlebt dann schauen wir uns das an er ist noch am start er ist noch am start er ist noch da er ist noch noch wenn dann der nächste kommt werde ich wieder sind überleben also warum zum teufel leben die kammerdiebe noch tötet sie sonst reiß ich euch in stücker und feste auf eure lieber alter jetzt ein neuer geh oh mein aber nein den haben wir schon so stark vergiftet deshalb deshalb ist das schon so grün was schon da gehabt okay und jetzt ein bissel radioaktivität ist das jenes wenn wir jetzt da gehabt den haben wir schon ausgefußt der ist schon ausgefußtet neuer typ aber nein überhaupt nicht den haben wir so schnell getroffen mit dem wir werden des campes aber wir haben uns immer dies an oder dies und da war ein ganz spezielles das ist gar nicht aber ganz speziell ich glaube da hat es die Wettbewerb Ahralien auch mit der Sturz er war er ist es auch nicht die Lufthürst Schaden der Klaren der Motscher Motschus der Motschus die Auge der Befehlschirm Ah, er lädt nur hin, weil er wundert mich, wieso? Und er hat mir weggegeben. Nehmen wir einfach mit. Nehmen wir mit. Ich glaube, so schnell können wir da nichts besseres bringen mit der Waffe. Ah, leider nein. Das ist nichts besser. So, wenn man sich den Gegner gerne mal... Da hinten ist dann auch noch was. Ah, da ist er schon hin. Ich glaube, der ist sogar... vielleicht sogar schon hin. Kommt hin. Kommt zu hin, wirklich. Ich habe trotzdem mal gesagt, jetzt schauen wir mal... ...häuse an. Und da, gehen wir mal wieder. Aha, okay. Ich glaube, da wären wir da noch mal kurz da. Einige. Wo ist das Gefühl? Und einen Gegner haben wir dann auch noch. Ah, schon wieder die, ja. Die Ohrame. Die Ohrame. Aber was? Der, der da oben muss aber ordentlich. Mal's da oben anscheinend. Warte. Warte. Mach mal den hier. Wo ist der? Fliegt der in der Luft, oder was? Es kommt mir so vor, wie wird der jetzt in der Luft schon? Ja, warte. Der ist ja nur an einem Ort geblieben. Das ist wirklich... Oh, hiiii. Wie geht's denn da? Oh fuck. Ich wollte dich eigentlich nicht wirklich stören, aber am Tür. Du bist einfach so spontan hier gewesen. Ja, okay. Ja, jetzt muss ich auch rückwühlbeginn gehen. Na Moment. Komm schon. Komm. 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 Du gibst mir springen. Was ist der anderem? Das ist- Sobald der wenigstour. Erstis ist deine energie Simw advantage Assam oder was? Boah. Boah. da muss ich jetzt einmal nachschauen könnte es vielleicht sein das haben wir da naja, voll, da habe ich gesagt, da kann mir nichts besseres geben da habe ich gesagt, da kann nichts besseres geben als wie die Waffen uuuuuh, dann mach mal auf da kann sich ja nicht alter normalerweise rupft er da oben und schaut, dass er mich umbringt, aber der hat sich ja nicht mehr an irgendetwas hergeschafft kein Willkommenspaket keiner hier schwach schwach oh, da haben wir das Willkommenspaket aber nur die das ist ein bisschen zu wenig, das Willkommenspaket hier jetzt, wo ich da so schön ankommen bin bei euch, aber Wahnsinn ich glaube, dann haben wir fix ein Tausender zusammen da muss aber auch gar Tausender zusammen kommen du hast deine Nase für mich zu sehen das müsste jetzt mal wieder sein Alter, sind sie wieder alle hier oder was? na fix okay, der ist jetzt komplett mei, aber der andere, alter jetzt bin ich aber gespannt, was das so sagen hat bei dem einen Magazin größe Feuerschaden, Bewegungsgeschäden, Magazin größe Bonus-Schaden, Bereichsschaden, alter Magazin größe wenn das nur ein, zwei Fähigkeiten mehr sind, das würde ich fix nehmen eine Fähigkeit, nur eine Fähigkeit mehr für das fixe Magazin größe da merkt man, da merkt man, dass das in dem Bereich sehr wichtig ist, diese Dinge das Fühlen, mit denen da experimentiert worden ist, beziehungsweise dass man da ein bisschen mehr darauf den Fokus setzt lebt also wieso gar nicht, dass man da einfach so einen sammeln weil da werden nur viele Dinge so einen Arsch versorgen man kennt ihn oh, wieder ein Fahrzeug oder was? na voila soll man sich wieder zu irgendwas widmen? oh, das ist nicht gut aber hey, ja fix oh, so muss sein ja, weit kommen wir eh nicht mit der Waffe also mit dem Auto also mit dem Auto es ist eh wusch okay, hat er die jetzt auch nur teleportiert und haben die eine spezielle Stärke hier naaaah, das ist eh nicht spezielles perfekt schaut mal so aus, wie würden wir ein bisschen durchdrehen und sie schaut mal so aus, wie würden sie auch ihre eigenen Sachen kaputt machen, weil hey wie ist es wurscht mir bringt es einen Vorteil mir bringt es einen Vorteil mir bringt es einen Vorteil wir wollen, dass er genau explizit und wie das im Park oder ich weiß nicht durchkennen sie sich nicht leiden aber es gibt ja keine zweite Partei wir können hier beide zusammen zueinander so wie ich es verstanden habe eigentlich es ist ja eine Basis wieso, wieso sollte bei ernerer Basis oh mein Gott und wie doch groß wieso gerade bei ernerer Basis ja, schau schon, schon wieder das ist wenn man kriegt es vielleicht dass der klappt so, so, wie bei Scareful, so Angstgast das klappt das der Gegner oder so wie sie ja dass der halt einfach für uns kämpft ob ganz easy erklärt verstehe nicht das wäre super, wenn wir das einer erklären können warum die jetzt gegen andere kämpfen was ist das ist das ist fies warte nein nicht einmal das geht nicht einmal das wie Wind ist also das ist ein scheiß we sind diskriminierung Geh, Alter. Kann man da vielleicht irgendwie mal so einen kleinen da rufen und sagen, ja, du mach das, oder was? Geht das? Oh, Geschichte, Schnurne! Yes! Zurück! Zurück mit euch, ihr dreckigen Tiere! Troy, es sind zu viele! Ihr habt die Gottkönigin gehört! Kommt zurück, sonst töte ich euch alle eigenhändig! Troy, hast du gesehen, wie sie alle auf den Kerl reagiert haben? Hey, du! Du glaubst doch an mich, oder? Ja, Gottkönigin, ich werde deinen Befehlen folgen! Oh, das ist ja großartig! Hey, Troy, hast du das gehört? Das könnte doch noch klappen! Hey, du, großer Kerl, statuiere mal ein Exempel an, ähm... Sehen da! Reiß ihn in Stücke! Wie du willst, meine Gottkönigin! Du! Also, du hast wirklich eine strahlende Zukunft in dieser Organisation! Ich will dich, ähm, heiliger Mautpies nennen! Ja! Ich werde dich nicht enttäuschen! Und jetzt! Gut, was sie sagt, ihr Maden! Oh, er ist gut! Der Abschied ist schon längst hin! Aber ist das nicht der, was wir hier nicht gemacht haben? Alter! Oh mein Gott, saugeil! Saugeil! Also, wir lieben gern mehr davon, immer und immer wieder mehr davon, von diesen Mini-Geschichten! Alter, das ist Wahnsinn! Das ist ein super Geschirr! So, mein Großer! Da komm ich her, Alter! Ganz einfach, Alter! Ich hab' mir schon drauf, ich kämpfe gegen meine kleine Pusse hier! Alter! Und das stimmt sogar! Ich mag deine Begeisterung, Bestie! Ich seh' nicht! 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 Ich hab' schon draufgekommen, Alter! Da gibt's dir schon wieder was! Ich hab' dir jetzt eher weniger gerechnet, dass er jetzt nicht daherkommt! Und Gegner kommen! Wie sich die Kleinen wieder mal gefreien! Oh, da haben wir wieder einen Großen! Na, schau' dir das an! Ich seh' ja was Großes da! Da haben wir aber auch genug Gegner! Ah! Hey, das hab' ich aber schon gesehen! So ein kleiner Wabler! Hexe! Der heißt Hexe! Nur wegen dieser kleinen Schallwelle, oder was? Na, geh, komm! Hexe, oder geschleichte! Geschleicht! Der ist einfach Hexe, oder? What the fuck! Dabei sind sie so... Der Urgen auch, oder? Wieso sollte man den Hexe? Naja, bis! Oh, was wissen! Ah! Yoshi! Schau! Ich hab' dir damit umgekauft! Weg damit! Weg damit! Weg damit! Meine Bitsch! Du musstest ja! Du krieg' aber wenigstens ein bissl was nachgokauft! Haha, sonst würde es schon wieder leer! Passt! Sesam öffne dich! Weitergeh- Wow! Ich glaube, das ist ein bissl scharf! Aber ich weiß nicht! Das ist nur so eine Vermutung! Rutsch! Hör' auf meinen Bruder-Lieblinge! Rutsch? Ja, sonst noch mal klar klopfen auch noch. Einmal, zweimal. Das wäre doch geil, wenn wir aus Erna auch hüten, was kriegen würde. Also, ich sehe, was ich meine, was wir dann wieder vertragen können. Nope. Versuchen wir es jetzt. Weg. 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 Wow. Können wir schon wieder alles verkaufen. Ein Wahnsinn. Pass. 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 Das auch tut mir zwar jetzt ein bisschen weh mit dem Magazingröße, aber ist halt zwar. Was haben wir da ein schönes? Ja. Ja.